Macht man das bestimmt vor den Schwimmern. Macht man das vor den Schwimmern. Ganz viel Sand. Ich habe den Schwimmern. Ich habe den Schwimmern. Ich hab's gar nicht geguckt, ne, Waffe hat zwar 2 Klappt euch hier. Oh Gott. Ich erwischt euch alle auf einmal. So laut. Oh sehr gut, sehr gut. Wir haben das. Oh, ich hab verdammt gesehen. Oh, jawoll. Ach so, hier sind wir wirklich. Ah, sitzt dahinten. Oh Gott, Leck. Warte mal. Da kannst du jetzt reinfahren mit deinem Lava-Eimer. Warte mal, bis die Schwämme wegkommt. Lass mich die Schwämme wegkommt. Lass mich die Schwämme wegkommt. Das ist ein Feind, dass wir dann überliegen werden. Ja, weil sie nicht an der Lava sterben können. An den Blücken. Das ist ein Feind. Das ist ein Feind. Puppies. Kannst du die Puppies. Haha. Kannst auch mal am anderen Ende vorbeischauen. Hier habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Überwächst. Schade. Ich konnte die nicht durch. Die holen so eine Lava nehmen. Die bin. Ja, Jungs. Sorry. Oh nee. Oh nee. Oh no. ... ... der steht der steht der steht der steht der steht Aber ich hab nach Kulik. Okay. Ja, mich. Jetzt wieder am anderen Ende. Achso, ey. Oh nein. Jetzt ist es passiert. Was passiert? Ich habe einen geboxt. Und jetzt komme ich da nicht mehr in seine Nähe, ohne dass er mich zu Tode schlagen kann. Ich habe einen Gebet. Ich bin auf dem Finger zum einen. Und dann ist es sich, was ich möchte. Ja, ich bin sehr, die Thin zu verabschieden. Ich bin sehr hart. Ja, ich bin sehr gut. Ich bin sehr, pride. Ich bin sehr, mich zu definieren. Hast du schon mal ein bisschen was ist schon passiert und der Bus ist weiterhin am sterben. Ah, der Burg sitzt halt da noch drin in dieser ... Wie viele Schwämme hast du bei dir eigentlich? Nix. Sechs Stück? Passt wunderbar. Dann sitzen wir noch alle beieinander. Ah, nur bitte. Ja, das macht erstmal nix. Kannst mir aber die alle geben, dann trage ich die wieder. Ah, ich probiere noch nicht. Ach so. Dann fliegen wir beide mal hin. Warte mal kurz. Dann gebe ich dir welche ab. Bis zum nächsten Mal. Nein, du bist. Oh ich kann hier nicht mehr raus. Wo gibst du jetzt? Ne, ach so, dass du da prügelst die Kamera dann. Hey lass mich doch den Sp... Woaaah. Ah ja, dick. Das kann hier. es tut nervig hier drin ich bin schon wenn die alle tot sind oh gott lass mich raus jetzt bin ich jetzt bin ich stuck ja da war ich auch gearbeitet ha jürgen sie verenden ja 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 Ich bin der Wasser, der nicht so weit geht. Hier vorne gibt es auch Fortschritte, das ist ja nicht schon dauernd Große Fortschritte sogar das ist ja nicht schon dauernd Niuu Das ist stark, das könnte reichen um die Zimmern ist schonmal zu. Warte mal. Ah, 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 tschau, ah, ah. Ich versuch grad, ich versuch grad, ah ne, es funktioniert nicht. Das ist so fast ey. Ja, ich versuch hier noch einen einzelnen Block am Boden freizuräumen. Nämlich da vielleicht nicht viel Glück und Schwanken passieren, dass ich da... Ja, let's go. Hat funktioniert. Ich zieh den Kopf rein. Warte, warte, warte. Das ist zu spät. Oh Gott, ich bin hier drin. Ah, so. Ja, wir haben neprikt. Das ist eine Kuhlem-Dino-Zie. Wie ist das? Bist du nicht? Wer ist das? Das ist eine Kuhlem-Dino-Zie. Ich bin das, wie ich da hör und so hinzugehe. Nice.